Was ist das denn? Ein Hahn in einem Legennest? Ja, ihr seht richtig, dass da ein Hahn in einem Nest sitzt, wo normalerweise die Hennen ihre Eier legen. Und wenn man mal leise ist und lauscht, dann kann man hören, dass der Hahn solche brummenden, knurrenden Geräusche macht. Und damit möchte er die Hennen in das Nest locken, um praktisch zu sagen, hey, guck mal, hier ist doch ein guter Platz, wo du deine Eier hinlegen könntest. Dieses Verhalten ist für Hähne, vor allem für etwas ältere Hähne, ganz typisch, denn bei unserem vorherigen Hahn Sohan kannten wir das auch. Aber bei den Junghähnen hier, die erst von letztem Jahr sind, da hat es tatsächlich ein bisschen gedauert, bis sie damit angefangen haben. Aber jetzt machen sie das auch alle.